Guten Tag miteinander. Heute werde ich euch zeigen, wie man die neue Company Market Webseite benutzt. Erstmal müsst ihr euren Account erstellen. Das könnt ihr entweder mit Facebook, Google, LinkedIn oder mit eurer eigenen E-Mail-Adresse machen. In meinem Fall wäre es mit Google. Als erstes könnt ihr hier oben links eure Sprache der Webseite ändern. Wir haben Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Wie schon gesehen haben wir viele verschiedene Seiten. Erstmal die Infobox, Inserat, Experten, Finanzierung, Über uns und neues Inserat.